Musik Wow, what the up? Okay Leute, wir haben ein kleines Problemchen, wir haben nur noch ein Live Und, äh, da habe ich jetzt überhaupt nicht reagiert Dammit Was hat denn der für ein Schaden-Output? Oh, Schadens-Output? Ist ja krass Na gut, aber mit diesem Einen letzten Live werden wir schon überleben Da habe ich keinen Zweifel daran Weil sonst starte ich hier Aufnahmen einfach neu Hahaha, nein, natürlich nicht Natürlich nicht Das machst du die ganze Zeit Nein, tue ich nicht So Hätten wir das auch geklärt? Komm, komm Da, dieser Hund, dieser Hund sieht in euch an Na, weg ist er Der stirbt einfach zu schnell Mein Sit So Ja, komm, wir fliegen So Sehr unkonventionell, aber das geht natürlich auch Ne, da will ich nicht hin Ich will da runter So, abgeben Ziel erfüllt Alles für mich Meisterhaft Ergebnis S1 Die S1 Neues Ziel Das dicke Ende kommt noch Beschütze mich Okay Okay, mit Null Life Aber wir können Brutality nutzen Die Frage ist auch Sind da überhaupt noch Monster übrig? Aber haben wir alles weggehauen? Also, er kann ihn gar in Ruhe reparieren bis jetzt Es scheint alles Alles okay zu sein Und da kommt der erste Sez, den Nehmer Und wir machen Monster werfen Und Monster werfen So Vor dem Anmarsch Jetzt beginnt die Scheiße hier Also, da gibt's nur eins Erstmal Molotow Und der muss auch rein Sehr schön Und da mal frischfröhliches rum Oh, leck mich doch fett So Und wir machen hier Braserei Wir sind bereit Wir sind bereit Wir sind bereit Wir sind bereit Oh ja Genau so will ich das Genau so Da muss Das Blut nur noch so spritzen Jawohl Und wir haben Was zu futtern gekriegt Und das sind unsere Sits Aber die sehen wirklich so aus Schaut's euch an Oh, der explodiert gleich Nein, explodiert nicht Der wurde zu Asche So Sitz in die Was ist denn los Sitz in die Luft Und Sitz zu gut Ich glaube, der heißt Sitz Kann mich jemand korrigieren Wenn das besser war Ist auf In den Kommentaren Aber ich glaube, der heißt Sitz Hab schon lange kein Ice Age mehr gesehen Denk ich gerade So Ja, explodieren Mein Freund Und Monster werfen Monster werfen An die Wand An die Wand Regengebiet gesäubert Es sind sogar noch mehrere Was ist denn da los Hallo Heißgebiet gesäubert Und dann sowas Er geht auf keine Kuhhaut So Weiter beschützen Und er ist beschützt Das dicke Ende kommt noch Ziel erfüllt Du rockst Ja, wir rocken Das ist so Neues Ziel Derbe Durchfahrt Okay Wir können Sehr schön Sehr schön Wir können das Boot steuern Y bin ich oben B da drüben Da kann ich nur steuern Aber ich kann ja überall steuern Was soll denn das? Nein Ah So Oh Nein Was mach ich denn? So Irgendwie Ähm Füllst Da Rechts hat mir eine Anzeige Äh Ja Das wird dann einfach heiß Das Rohr Wenn wir zu viel schießen Dann geht nichts mehr Hatte gerade das Problem Dass ich nicht mehr geschossen Nicht mehr schießen konnte So Geh mal zurück Und machen wir da mal alles platt So Dann wieder vorne Einfach schön Schön vorhalten Einfach schön vorhalten Ne Ah Ich liebe das 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 ist einfach nur geil Einfach ein bisschen rumballern Hier Oh Der große Fette wieder Dann müsste man da oben helfen Oh Der Zustand des Bootes Ist Game Over Ja Da sind wir wieder Zurück Auf dem Boot So das müssen wir besser machen Das war jetzt eindeutig nichts Wir haben wieder zwei live Wir haben wieder zwei live Und diesmal von Anfang an Wird das Zeug hier richtig gesteuert Damit hier auch Keine Missverständnisse aufkommen können So Mit dem rechten 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 Komm schon Sag schon Mit der Steuerung Auf dem Pad Hier so Ihr wisst ja Ich bin überhaupt kein Pad Spieler Und deshalb Und deshalb Habe ich ein bisschen Mühe damit Aber Für keiner Unsere Wir sollen Nein So Kommt her Kommt her Kommt her Wie lange geht denn diese Fahrt noch Ich möchte das ganze Hier ein bisschen Nein Tut mir leid Wenn ich gerade Nicht so viel labere Aber ich habe Echt gerade So ein bisschen Meine Mühe Damit Ist nicht gerade Sehr einfach Und übrigens Meinte ich vorhin Stick Den rechten Stick Zum Schießen So Wenn ich dann auch Mal sagen kann So Ja ist echt nicht einfach Und kann man nicht reparieren Finde ich nicht so geil Komme ich nicht mehr weiter Hier Ich muss erstmal Hinten Ordnung machen So Und jetzt vorne Nein das geht nicht mehr damit Heieiei Das ist nicht ganz einfach Das erste Mal Dass ich es echt sagen muss Ja das gibt Das kann Schwierigkeiten geben Ja Oh 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 Meine Güte Nein Ich will nicht sterben Nein Komm schieß doch endlich Wie sagt die Kanone immer so lange Stirb So Boah ich habe nicht mehr viel Oh komm Einfach mal überall Hinschießen Oh wir kommen aus dem Grünen Bereich Nicht raus Nein komm mal nicht Fuck Ja viel Viele Chancen Haben wir jetzt aber auch nicht mehr Fuck Nein Minus ein Leben Okay Aber wir haben wieder Das ist wieder alles repariert Na wenn das so geht Ja okay Mit mehreren Leben geht das dann natürlich Wahrscheinlich Weiß ich wie lange das geht Achso jetzt verstehe ich das ja Wir haben Wir haben ähm Noch drei Leben gehabt Und wenn wir sterben Dann wird das ganze Boot repariert Was natürlich schon Das ganze ein bisschen vereinfacht Muss man schon sagen Boah aber sag mal Das ist ja heftig Nein ich bin doch hier einfach weg Komm weg 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 Ich wieder durch Wir haben es überlebt Ja Ja Nein Rennen der Bekloppten Äh Reiche den Ausgang Okay dann mal weg Auch Emilio ist also gestorben Nicht mal Emilio hat es überlebt Dann mal Kissen Oh da haben wir eine Batterie Fünf von sieben Wahrscheinlich müssen wir die Kissen mitnehmen Gehe ich Will ich jetzt mal davon Au Müssen wir den weghauen Oder die Scheinen ja mehrere zu sein Nein 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 Runter 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 Die machen ja Schaden Wie die holen Weg da So und diese Fliege Du bist nichts mehr als eine kleine Einsatzfliege So komm Brenne im Feuer der Gerechtigkeit Verdammtes Biest So haben wir Haben wir doch noch einmal verloren Oh Wir haben noch Ein Life Das heißt wir können noch Zweimal sterben Einmal dürfen wir noch sterben Und weitermachen Und dann ist fertig Dann ist fertig Ende Gelände Kollege Und für dich ist das gleich jetzt dann Oh Nein Für mich ist es jetzt Boah leck mich fett Weil das ist auf Mittel Ist das schon ganz schön anstrengend Klar ich bin jetzt auch nicht der beste Spieler Absolut nicht Das ist auch So viele Spiele von dieser Art Hab ich noch eigentlich nicht gemacht Also so Action Spiele Das Kommt quasi nie vor Bis jetzt Aber Es könnte sein Dass es mehr werden Jetzt Weil das macht schon ganz schön Laune Aber so einfach ist es nicht auf Mittel Zumindest für mich nicht So Jetzt müssen wir da wahrscheinlich ausweichen Ich hoffe die überfahren die Hunde oder so Ah Ne Gibt's gar nicht So mal schauen was es da drüben gibt Okay da müssen die hin Das Ziel haben wir erst jetzt erhalten Wäre vielleicht gar nicht gegangen Ohne das Ziel Also weit ist es nicht Wir dürfen einfach nur den Den Fahrzeugen Nicht ankommen Diesen scheiß Hunden hier Das sind doch einfach Diese Scheiß Kerle Zier set Komm Fries Das Nein So Gut aufnehmen Und einmal zurück Wieder eine kleine Explosion starten lassen Jetzt kommt da noch so eine Fliege Und noch eine Und noch eine Und es hört gar nicht mehr auf Mit diesen Nein Runter 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 Die dämlichen Fliegen So Haben wir alles eingesammelt Und Komm 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 Lauf 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 Ich hoffe nur eine Kiste reicht Ja komm komm Drauf Ich nehm mal Komm jetzt da Auf die Fahrgleise Ei Ja tot ist er zumindest Eine Kiste glaube ich reicht Jawohl Sehr schön Runter mit dir Und noch so ein Koloss Meine Fresse Das Widerlicht Und dann noch sowas Und dann halt er mich auch noch Und so Jetzt müssen wir was essen Und dann gehen wir da mal raus Und dann gibt's mal Nein Rasserei Modus Der fängt mich du So jetzt aber Jetzt wird hier richtig geschnitten Nein Hier gar nichts gemacht So noch was gegessen Und dann explodieren die Dinger Und dann gibt's Molly So Da gibt's noch Ey wie viele Monster sind das denn Meine Güte Und Molly hab ich auch nicht mehr Nein Schalte den letzten Die letzten Gegner Außer die letzten Gegner So 1-2 Ja Mully Oh diese Fliegen So aber es scheint Doch ein bisschen Ruhiger zu werden Jetzt 16 Monster Erledigt Sehr schön Rennen Der Bekloppten Ziel erfüllt Aber uns fehlen noch jede Menge Batterien Mission abgeschlossen Zumindest das Eine Waffe haben wir ja gefunden Und dann fehlen uns halt er einfach noch 5 Objekte 2 Objekte fehlen uns Und eine Waffe fehlt uns auch noch Wir kriegen aber einen Fertigkeitspunkt Den wir verteilen können Wir hatten 30 Minuten Für das Spielchen hier Sehr gut Dann schauen wir mal Was wir verteilen können 2 Punkte Haben wir das Da haben wir das ja schon ausgewählt Was ist denn das LB plus B Rüstung Hm Rüstung Hätte ich vielleicht mal aktivieren können Ich trottel Naja Jetzt wissen wir's Was haben wir da Bim, Bum, Bum Schnapp dir einen Monster Und schlag es mir was auf den Boden Das haben wir auch schon gekauft Oh, das hätte ich auch mal ausprobieren sollen LT und X Halten Oh, das muss ich unbedingt beim nächsten Mal ausprobieren Äh, was haben wir denn da Essen Diese Medis geben Die doppelt so viel Gesundheit Fabelhaft Na So, du bist etwas grumliger Außerdem wird deine Fähigkeitsbalken 25% schneller wieder aufgefüllt Ja, das nehmen wir mal Und dann können wir das da Und dann können wir nicht nehmen Was wir noch nehmen können Ist das da LS plus X Äh Aber ich warte noch damit Jetzt erstmal den Bim, Bam, Bum Ausprobieren Und die Rüstung So Zurück Aber das, meine Freunde Schauen wir uns beim nächsten Mal an Bis dann Euer Rotweck Ciao Ciao